Damit seid herzlich willkommen hier bei eurem Alpha Chief, äh, mit einer, ja, ein bisschen Buff bin ich, muss ich dazu sagen, gerade was mit Cortana da abgeht, also da bin ich jetzt gespannt was mehr kommt, wir gehen jetzt da rein und, ähm, ich werde da glaube ich nicht groß rumlabern, ich werde doch vielleicht einfach mal mitnehmen und dann schauen wir mal. Es wird keine Trauer mehr geben, keine Fug ist mehr los, kein Nein, Nein. Ja, bin ich mal gespannt. Kommando. Ein weiterer Lift in der Nähe, er bringt uns nah an die Oberfläche. So, das war wohl jetzt aber mit. Blöds, der hat Glück gehabt. Sie sind hier, aber so fast stimmt immer nicht. Ist falsch. Sie sind vielleicht zu spät. Alter. Cortana, du bist richtig kaputt. Das ist ja jetzt nichts, was, was uns jetzt überrascht, oder? Und du bist gerade abgehauen. Hast du aber Glück. Abgehauen. So. Abgeschaltet, das heißt, er braucht Strom. Er braucht Strom. um kriege ich jetzt wo eine etage höher oder so erstmal bisschen munition 1 necken das war jetzt voll für den arsch und sich doch irgendwie irgendwie herum kamen oder nicht was übersehe ich denn das geräusch das verwirrt mich ich hätte auch mal hier gucken das glaube ich hatte so interessant interessant ich habe mich noch gar nicht umgetummelt du stinkst nach angst spartan ich dachte ich wollte sagen du stinkst nach arsch bache mein gott ja auch einen schlimmen fuchs ich wollte gerade fragen was wird denn hier ausgelöst wir sind hier wohl gefangen ich denke nicht so ganz oder auch nicht sag ich doch ein teleporter wurde aktiviert ja dann einmal teleportieren du hast uns gerettet mich gerettet rette mich von mir selbst diese stimmen können einen banane machen diese stimme dann wie soll das denn so einfach gehen fahrzeug nicht genügend energie natürlich nicht Krass. Ich hätte nicht so schnell abhauen sollen. Komm mal diesen Weg. Falsche Entscheidung. Das ist schon mal geil, dass ich mit Kommandos rumballern. Alter. Kriegt ihr noch mal einen Schock ab, da hinten. Warte, 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 warte. Mach dir jetzt keinen Scheiß, jetzt hier. So, danke. Hey, das war jetzt zu geil. Machen wir die Funzer. So, das wäre heftig, wenn er jetzt rumgepackt hätte. So, ich bin da durchgejumpt. Ich glaube, jetzt geht es hier. Ja. Oh. Oh. Aber dann geht's nun auf die Zeit von denen du schlagen möchtest. Schuss! Aber nicht zurück! Mein Ufer zu halbetzt deine Knopps, Acht nicht die Busch ist. Ohne die Kraft sie weg! Auff aun wüdlich! Alle streichen die Stücke. Ich greisse dich jetzt Stücke du! Nein! Wusstest du nicht? das wird nix ja sag ich doch das wird einfach nix lasse stecken kommen jetzt die johnnies wieder das war jetzt easy going das ist ihre kapitulation meine wille ist klar erlebt noch meine fähigkeiten sind ihnen bekannt und ihre sind mir absolut gewusst falls die regierung der erde kämpfen will nur zu doch hören sie diesen kampf gewinnen sie niemals ist die erde im arsch alter sie bedrohte die erde ihre streitkräfte griffen des jones in sydney an löschen das hauptquartier aus vollständig wir mussten fliehen und sammeln einen plan entwickeln um sie aufzuhalten um zu überleben alter wann ist das denn passiert gab es dazu ein buch oder so für eine ganze story also diese große lücke bitte bitte füllt das als video game aus bitte bitte also das hätte ich gern gesehen ich hätte auch gern ein halo teil gespielt wo man von contana wie jetzt das mit sydney so richtig ein arsch tritt kriegen habe ich kein problem mit hätte ich gern gehabt digga jetzt ohne flachs das hätte ich gerne gespielt somit richtige zerstörung richtige also dass wir richtig einen am arsch kriegen das hätte ich gern gehabt gerne martin findet was weiß ich wie bei halo 3 oder st ich hätte das so gern gehabt so gern alter das ist nicht gut jemand will uns nicht gehen lassen wirklich schließen sie mich an das sollte nicht lange dauern atriox anführer der verbanden wo stehst du bei den verbanden immer und ewig und sind dir die folgen deines widerstandes bewusst sind sie die jede aktion zieht unwägbarkeiten nach sich die reaktionen sind zahlreich doch meist vorhersehbar betrachte deutsch ein letztes mal und denkt daran du wählst diesen weg sie zerstörte ihre heimat sie zerstörte ihre heimat warum tat sie das es ist meine schuld wieso ich hätte es verhindern sollen hätte sie überzeugen können wirklich es war ihre wahl ihre programmierung war es das ich bin nicht mehr sicher irgendetwas verschweigen sie mir irgendetwas verschweigen sie mir der einzige weg in den ring und zu cortana war eine kopie anzufertigen ich mach das auch überlegs dir die konsequenzen deines zurück ins konservatorium illuminatin da ist ihr schwerkraft lift bringen wir es hinter uns und denk daran du wählst diesen weg ich bin sie wie ja eine exakte kopie es war unsere letzte möglichkeit meine routinen systeme alles kopien aus sie löschte alle informationen die dich verraten könnten du bist sie als wären wir uns nie begegnet werde ich tun was sie tat werden was sie wurde wenn ich das bereits meine mission war genau das zu verhindern ist es weiterhin es tut mir leid einfach so leid das war ich nicht unmöglich ich sollte nicht hier sein ihre mission war mich zu vernichten ich habe die löschprotokolle wiederhergestellt bin bereit es war mir eine ehre nur versprechen sie mir eins was auch passiert retten sie ihn er braucht sie er hat nur sie wir tun es gemeinsam wie warum warum vertrauen sie mir tue ich nicht aber ich will es ok retten wir ihn weiter weiter ich bin einfach nur baff gerade ich brauche keine rüstung das ist gut zu wissen alter ich bin gerade so baff gerade von der story ich bin gerade so baff ich bin gerade extrem baff von der story alter alter was hat cortana jetzt den planet der brutes getötet also getötet vernichtet sind die brutes jetzt komplett im achsch und unsere cortana ist jetzt wirklich eine exakte kopie die das ist eine zu große lücke auf jeden fall muss ich das game nochmal spielen dafür habe ich zu viel zu viel zeitraum verloren weil ich komme mit der story gerade nicht hinterher aber ich 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 muss einfach also diese lücke was dazwischen herrschte da ist so viel passiert so viel passiert nach halo 5 ich ich weiß nicht ob es in büchern erzählt worden ist in der zwischenzeit oder jetzt danach keine ahnung würde ich echt extrem schade finden aber junge 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 ich bin einfach nur buff ich bin einfach nur buff was 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 war das denn jetzt komm raus und kämpf wie ein umgold mini halo wie lange ist der mensch jetzt schon zu schaden paar tage ihre simplen geister können anscheinend die macht ihrer worte nicht wahr geschlossen verboten noch immer immer noch da einzig fühl dich geehrt mensch die wahrheit scheint dich befreit zu haben heiß gezahlt urteil gefehlt wussten niemals so weit so weit bring ihn in ihre kammer sie hat ihm mehr zu erzählen wenn er das noch aushält ok ok da ist er das ist das ende was ist der denn geschossen gerade ich weiß es nicht mit was die da rum hantieren ha ich musste einfach ich war neugierig ich musste es wissen das kann ich ja weiter latschen so mal gucken ob es das bringt mit 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 Oh. Die Straße, also muss ich da hin? Oh, neues Gebiet. Ja, nice. Ja, gut. Dann, äh, habe ich es ja eigentlich gut den gekriegt und bin jetzt wieder draußen. Was natürlich schön ist. Jetzt eben kurz ich so ein bisschen weg von allen Geistern hier bin. So. Freue mich. Hier geht es jetzt in der Overworld weiter. Bin mal gespannt, wie es dann aussieht und wie es dann weiter geht. Schreibt mir mal bitte eure Kommentare und Meinung in den Kommentaren und sehen wir uns dann im nächsten Video. Euer Alpha Chief, also haut rein!